MAU? Jeder mit uns. Sie bauen rechts, also so... Links, rechts... Warte mal, stopp. Wo jetzt? Sie bauen andere Seite, sie bauen andere Seite. Jungs, ihr spielt so schlecht. Können wir den Clampage reopen? Nein, jetzt spielen wir den Scheiß. Komm, Jungs. Lass mich erster machen, lass mich erster machen. Lass mich mal erster machen. Ja, Pickel, hör auf, das bliebende hoch. Ja, MAU fällt eh. Das... Wie viele Blöcke? Ein Stack. Ich bin vier, ich bin vier, ich bin vier. Ich hol mich schnell was zu trinken, okay, Mädels? Nicht verlozen, das ist ja dumm! Ja, okay. So, wer glaubt, dass wir gewinnen, der zeigt jetzt auf? Äh, ich. Ich zeig auf. Ich auch. Wenn wir gewinnen, krieg ich von allen, die nicht aufgezeigt haben, 20 Euro. Jakob einfach noch lebt, ich dachte, es dauert für immer und ewig. Viel Spaß Jakob. Danke. Was aber kommt jetzt? WAAH! HAHA! Wird einfach gemütlich! Ehre, Mann. Wow. HAHA! Loll, ich wollte nichts schreiben, eigentlich. Scheiße! 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 Schau, Chatbahn sechs Tage! Fick dich, du komm, Alter! Warum hat der Chatbahn... Fick dich in den Chat geschrieben, Mann! Junge! Weil mich mir aufregt, Mann! Ja, warum regst du dich auf? Komm runter! Du fühlst dich, Mann! Was ist das denn? Jungen, ich schwör, ich bockse euch in mein Spielchen, Alter! No joke! Ich raste aus, Jungen! Hör doch auf! Wir machen ein Ding jetzt, ja, Dick! Wir spielen jetzt sehr weh! Mann, bau's mal auf, bau's mal wieder! Ah! Ah! Gegner! Ich hoffe, ihr das jetzt überlebt habt, Digga, als ob ihr den jetzt habt. Achtung, Schnarkopf! Ich hab keinen Bock mehr, Alter! Warte, Tobi, schau mal, schau mal! Tobi, schau mal! Ich versteck, ich versteck mich! Tobi, schau mal! Schau! Tobi! 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 Ich verstecke mich! Ich verstecke mich! Okay, wollen wir jetzt mal Crash spielen? Ne! Wie hat denn der alle, Alter? Das Bett ist weg! Ach, Quatsch! Ja, damit sieht unten... Es kommt jetzt auch nicht... Ahhh! Da hat doch was, Alter! Du hast jaés nicht schreien! Ja, ich habe, ich hab's nicht... Jungs, jetzt mal ohne schreien! Stopp! Ich habe, ich habe ein Gegner gesehen, gut? Jetzt sehe ich noch einen zweiten, der das Bett abbaut! Und ich weiß nicht! Aber es gibt auch... Ich habe's nicht gesehen, ich habe nur den gesehen, der so neben dem Bett steht! Pasch, pasch, pasch! Der das Bett abgebaut hat, den hab ich jetzt gesehen, wo das Bett schon weg war! Super! Hilfe! Ja, ich hab dir noch geholfen, Alter. Hey, da stehen wir, also. Ja, ich bin klar, ich bin unsere blaue... Hilfe! Also, kann man auch eigentlich erkennen, dass ich sonst... Ja, ich hab's ja nicht getan. Keinen blauen Namen und unseren Kleinen hab ich auch nicht mit seinem Namen. Also, eigentlich... Warum stehen wir alle hier drin? Jetzt leid, ich such's selber am YouTuber, ich sag's, dass diese Hilfe... Ich hab' keinen Hilfe-Remix. Hilfe! Heeeesaa! Heeeesaa! Ja, ich hab' dir noch geholfen. Deckel du mal, Armi. Findet ihr den so? Hexmo. Find ich gut. Aktiviert. Mach' mal das zweite Wort und das L weg. Hexmo. Hexmo. Bitte ich. Alle lachen. Der Protagonist hat gelacht und darum geht's. Er ist der Protagonist. Wow, obwohl es überhaupt keinen Sinn gemacht hat, aber... Ich wurde drei Tage aus dem Chat gebannt. Du auch? Was hab ich denn geschrieben? Ich glaub, ich lass mich einfach gleich spannen, Alter. Oh, der Rügel-Talk, was hab ich gemacht? Wow, Bich-Cat. Gebt mal ne Runde, ich will irgendwas schreiben, dann. Bustee, Huso steht für Hustensohn. Ja. Wollen wir unseren Clan Sohn nennen? Ja. Ah, ne, warte, warte. Oder wir nennen unseren Clan einfach Hurensohn. Um alle gebannt zu werden. Ne. Dann geh ich lieber in... Second Just Hacks. Jungs, ich hab' Idee. Lass mal 2w2 spielen auf Team Olya. Let's go. Yeah. When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt. You belong in the crowd, just trying to figure it out. All of this crowd and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's go. Wake up, it's me. You gonna follow your dreams or are you just gonna be another Cogs? Yeah. You feel the hope in this beat. Yeah. I hope that you feel the hope in this beat. Yeah. Thank you.